Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Display auf meinem Kanal Yu-Gi-Oh! und die heiligen Karten. Fangen wir doch mal an. Okay, dann geben wir mal unseren Namen ein. So. Das Turnier in Battle City ist heute. Guten Morgen, ist dein Deck fertig? Hey, mein... Neuer Deck. Hey, mein neuer Deck. Also gerade mein K... Ich kann nicht mehr reden. Also, grammatikalisch ist dieser Satz, der dieses Spiel übersetzt hat, aber auch nicht, ne? Es hat lange gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. Dommer, hast du einen guten Deck? Natürlich. Wow, sieht nicht gut für mich aus. Aber heute verliere ich nicht. Wir alle haben auf dieses Turnier gewartet. Es wäre schön, wenn wir alle ins Finale kämen. Na klar doch. Okay, fangen wir an. Nur keine Verzögerungen. Schau mal, es sind schon alle versammelt. Sieh dir nun mal all die Haken Duellanten an. Oh, ist das spannend. Nicht? Duellanten. Willkommen in Battle City. Zunächst einmal zu den Turnierregeln. Das Turnier findet in ganz Domino City statt. Wo sich die Duellanten in der Stadt auch treffen, findet das Duell statt. Duellanten können nur mit eigenem Deck spielen. Der Verlierer muss eine seltene Karte abgeben. Acht siegreiche Duellanten kommen ins Finale. Das Finale ist an einem geheimen Ort in der Stadt. Jeder Duellant hat eine Locator-Karte erhalten. Besiege andere, um ihre Locator-Karte zu bekommen. Mit sechs Locator-Karts bekommst du die Karte für das letzte Duell. Diese Locator-Karts können der Einsatz im Duell sein. Mit anderen Worten, nur wenn du Duelle gewinnst und die sechs Locator-Karts bekommst, darfst du zum Finale antreten. Das Turnier beginnt exakt um 9. Na dann, Duellanten, verteilt euch über die Battle City. Endlich, es fängt an. Na und ob? Sogar wir sind von nun an Rivalen. Versuch durchzuhalten. War klaro. Ich gebe auch mein Bestes. Lass dich nicht unvorbereitet erwischen. Joey, auch du solltest vorsichtig sein. Mach dir keine Sorgen um mich. Wenn du alle Karten hast, treffen wir uns wieder. Wir sehen uns am Spielzeugladen meines Großvaters. Okay, so machen wir es. Ich spreche da mal auf. Und ihr beide, Schalkos, bis ins Finale durch. Bis später. See you later. Okay, dann sprechen wir mal mit ein paar Leuten, ja? Es ist noch keine 9 Uhr. Es sollte jetzt auch gehen. Viel Glück. Bing, 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 bing. Warte mal mit den Leuten hier reden. Hallo. Bleib mal stehen. Hallo. Gleich fängt es an. Versteck dich noch. Versteck dich noch vor 9, lieber in der Stadt. Wie bitte? Es ist noch keine 9 Uhr. Nach 9 können wir kämpfen, okay? Es ist noch nicht so weit. Ach, dich nicht verrückt. Oh, ich bin verrückt. Vor dem Start ist noch etwas Zeit. Das Turnierduell beginnt nach 9 Uhr. Immer mit der Ruhe. Das Duell kommt doch erst noch. Nur nichts übereilen. Gut. Hallo. Lauf nicht weg, wenn ich mit dir reden will. Klar. Aber warte. Wenn die Zeit reif ist, kämpfe ich. Aber nur mit coolen Gegnern. Sonst ist es reine Zeitverschwendung. Pfff. Das Turnier beginnt um 9. Pass besser auf, was man dir sagt. Ich hasse alle Orten wie diesen. Ich warte lieber an einen dunklen Ort auf dich. Bis dann. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Warte. Später, okay? Nach 9 Uhr. Wow. Immer mit der Ruhe. Ich kämpfe schon noch mit dir. Wenn es sich ergibt. Bis später. Bin, 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 bin. Nicht so hastig. Von mir aus kann das Duell jetzt auch losgehen. Es ist noch früh. Wir kämpfen, wenn wir uns wieder begegnen. Okay. Du wärst der perfekte Gegner für mich. Aber das Turnier hat noch nicht begonnen. Nee, ich bleibe lieber unauffällig in der Stadt. Kämpf mir bei unserem nächsten Treffen. Es ist noch nicht so weit. Hau lieber ab, wenn du überleben willst. Wenn du in der Nähe anderer Duellanten kämpfst. Sehen sie doch dein Deck. Warte, warte. Es ist noch nicht so weit. Für jeden Satz. Der lautet, es ist noch nicht so weit. Bekomme ich 1 Cent, dann wäre ich jetzt reich. Wir sehen uns im Battle City wieder, Bruder. Ja, Bro. Brofest. So, mit dir warte ich noch reden. Warte. Okay. Das kommt mir im Kampf vor. Wow, du bist kein schlechter Gegner für mich. Aber es ist noch nicht 9 Uhr. Später nehme ich es gerne mit dir auf. Warum diese Eile so scharf auf eine Niederlage? Bist du nicht der Ulkige? Fordere mich heraus, wenn das Turnier beginnt. Schau doch mal auf die Uhr. Haltet dich an die Regeln. Sonst war es das für dich. Och, nö, nicht der Herr. Warum so ungeduldig? Das Turnier hat doch noch nicht einmal begonnen. Bei unserem nächsten Treffen verputzen wir dich. Johohohoho. Pfff. Pfff. Wann ist jetzt eigentlich mal 9 Uhr? 9 Uhr. Hallo. Habe ich nicht schon mit einem geredet, den man reden kann? Aber es ist doch. Hey, es geht los. Okay, packen wir's. Okay, packen wir's. Mich besiegt keiner. Haha, wird doch Zeit. Warte, Wheeler. Warte, Wheeler. Ich bin der Duel King. Und hier werde ich es beweisen. Hier ist aber niemand. Hallo. Alle sind abgehauen. Komm. Hm, es ist hoffnungslos. Ich habe meine ganzen seltenen Karten verloren. Ich traf dort auf Espaar so und so. Er hat mich vernichtend geschlagen. Er ist jung, aber erbarmungslos. Da werde ich mit uns kämpfen. Komm. Okay, liefen wir, liefern wir uns ein Match. Komm, gebe ich das hier als Tribut an. Darf ich nicht? Allerdings nicht. Dann hat eben noch nicht. Dann hat eben diese Karte. So. Unser Gegner ist an der Reihe. Nein. Egal. Schon der erste Fail. Ist ja schon mal klasse hier. Meine scheiß Lebenspunkte sind jetzt im Arsch. Au. Au. Boah. Wie kann man auch so noobig sein? Das ist aber jetzt mein Comeback hier. Ja. Setz nur deine Monster auf. Verteidigung. Gut. Dann habe ich ja alles wieder gerettet. Unser Gegner ist mal wieder an der Reihe. Und jetzt bin ich wieder an der Reihe. Wunderbar. Und dann beenden wir mal wieder diesen schöne Runde. An der Reihe. An der Reihe. verschwindet. Ich bin an der Reihe. Ja wunderbar. Jetzt bin ich aber wieder an der Reihe. Mit der schwächsten Karte zuerst. Und dann beginnt gleich die letzte Runde. Oh einfach nur weil ich es kann. Der Gegner hat keine Lebenspunkte mehr. Dual Sieg. Die Kapazität deines Decks ist um 5 gestiegen. Du hast 88 Domino erhalten. Du hast Megiros Licht bekommen. Typ Feind Huf Dunkel. Kosten 72. Ein unheimlicher Unhäut mit blauen Augen, die ihr leuchten. Das böse Licht seiner Augen fügt Schaden zu. Okay. Ich habe verloren. Oh, welche Enttäuschung. Komm. Okay, los geht's. Komm, jetzt bin ich aber dies als anzuverwenden. Weiter kann ich neu die Karten als anzuverwenden, die nicht in meinen Decks sind. Das wird so einiges erklären. Okay. Ich bin an der Reihe. Dann bin ich auch mal ein Zug. Okay, das ist ein Monstern Verteidigung. Dann spiele ich mal Wanderer ver... ... ... ... ... ... zug ende das ist echt spannend hier haben schon keine chimäre die lebenspunkte sinken und sinken ja ich kann es nicht als tribut schon verwenden machen wir noch muss ich halt noch warten einfach mal schön angreifen dann war es auch gleich mit dem typ mir okay dann verwende ich die kleine schmerzen als tribut und dann war es das mit dem typen der gegner keine lebenspunkte mehr du sieg die kapazität eines texas und fünf gestiegen du hast 95 domino erhalten du hast säure kriecher kommen soll kriecher typ insekt hoffen weit kosten 72 eine gigantische insekten larve la verla man die eine eklige säure spuckt diese wirkungsvolle säure bringt alles zum schmelzen was hast du gesagt dass wir verschwiegen wie stark du bist kannst du mal sehen er ist auch noch geschlagen werden was du willst es mit mir aufnehmen na los dafür mir das mal wieder als tribut oder ist ein zu besser gesagt wenn ich mal wieder andere so haben wir jetzt schon mal zwei monster garten auf dem feld da kann man mal sehen wunderbar super enden ich habe eine abkommensblube um selbeschlitze auf dem feld zu rufen du wirst du rohren es hat doch keine gegner für mich ja das war es dann wohl gleich oh der wirst wissen die kapazität ist mal wieder um 5 gestiegen 76 domino seiten nicht schon wieder so ein kriecher und ich dachte ich hätte chancen ja falsch gedacht hey aber nicht weinen wenn du verlierst wofür hältst du mich mal wieder bin ich eine reihe immer wieder zu ende a fou kommt schon da war da greife ich mich nicht an sich wieder als tribut die hälfte ist schon da und wir ändern uns im zug am begin of games baby damit an der gegner keine lebenspunkte mehr du sieg die kapazität deines text ist um fünf gestiegen du hast 66 domino erhalten du hast holograph bekommen um aber das neues chip maschine licht 103 kosten denn du erlaubten stufe liegt unter den kosten dies kann nicht in dein deck gelegt werden ich habe verloren hey dort drüben ist rex rober vielleicht kannst du ihn besiegen hey rex willst du gegen mich kämpfen was du schlecht ist mit mir aufnehmen dafür habe ich jetzt keine zeit vielleicht ein andermal so ging nicht bücher nein ich habe genug ja ach ging ich muss ich glaube ich höre auf ich habe nicht die karte für ein duell ok du willst also wirklich ist er sicher mehr als sicher und weil das von der faktor die schwächste karte wunderbar ich bin wieder dran ok so wunderbar und so enden ok traurig werde der traurig werden sich gegenseitig vernichtet und so enden so und so enden der kleine schaden hier kaputt ja nicht du du dann war es das tschüss du hast sanki bekommen krieger erde 25 kosten der gepanzerte schwertkämpfer mag direkte duelle und schlägt bei einer unaufmerksamkeit des gegners blitz schnell zu verloren da kannst du mal sehen vordere bonds auf dem friedhof dort heraus mit etwas zurück kannst du vielleicht gewinnen und das liebe leute falls ihr das hören solltet mein timer das heißt dieser parte ist jetzt vorbei ich sage dankeschön fürs zuschauen und ich hoffe dieser part hat euch gefallen danke fürs zuschauen unterstützt mich mit einem kostenlosen abonnement mit einem daumen nach oben und bitte den adblocker deaktivieren danke 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 danke